Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. In Apostelgeschichte 15, 11 änderte sich das Evangelium. Von Evangelium des Königreichs zum Evangelium der Gnade. Beim Jerusalemer Konseltreffen wurde vereinbart, dass nun an das Evangelium der Gnade gepredigt werden soll. Petrus sagte, Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott? Indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unser Väter noch wir tragen könnten? Und das ist ein erstaunliches Statement von Petrus. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Paulus ging zum Konzil, um seine Evangelium der Gnade vorzustellen. Und deswegen gab es diesen Konflikt. Und nun Petrus sagt, Okay, Schluss mit dem Evangelium des Königreichs. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Jakobus steht auf und sagt, dann haltet euch der Götzenöpfer des Blutes, den Erwirken und den sexuellen Unmoral. Wenn sie sich davor schützen, werden sie richtig handeln. Paulus hat auch eine lange Liste mit Ratschlägen für heiliges Leben, aber die Erlösung geschieht dennoch aus Gnade durch den Glauben. Epheser 2, 8 durch 9 Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich ruhmt. Denn wir sind seiner Schöpfung erschaffen, den Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Der nächste Abschnitt des Apostelgeschichte Kapitel 9 durch 12 verlagert sich die Schwerpunkt von den Zwölf auf Paulus und seinen Missionsdienst. In diese Zeit wurde Saulus bekehrt und zum Apostel der Heiden ernannt. Apostelgeschichte 9, nimm es bei 13 auf. Da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein außerwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kindern Israel zu tragen. Natürlich ging Paulus immer zuerst zu den Juden und dann zu den Heiden. Er liebte sein eigenes Volk. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Nach der Bekehrung des Paulus begann ein Übergang von rein jüdischen Evangelationen zur Heidenen Evangelation durch Paulus. In Apostelgeschichte 10, durch 11 wies Gott Petrus an, zu Kornilis zu gehen, ein Heiden, der gerettet wurde. Dies war aber eine Ausnahme. Apostelgeschichte 11, 19 und 20 Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, sogen bis nach Phonizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemanden, als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kräne, die, als sie nach Antiochia kam, zu den Griechen Sprechenden redete und ihnen das Evangelium von den Herrn Jesus Christus verkündeten. Die Evangelisierung des Petrus an Kornilis war ein einzigartiges Ereignis. Er hatte keinen anderen nicht-jüdischen Dienst. Andernseits ging Paulus zuerst zu den Juden und dann zu den Griechen. Römer 1, 16 und 17 Vers 16 Denn ich schäme mich des Evangeliums des Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. In Apostelgeschichte 11 wird von der Kirche in Antiochia berichtet, hier, die die erste Kirche mit Nichtjuden werden sollte. In Apostelgeschichte 12 wurde Petrus verhaftet und eingesperrt, nicht von den Juden, sondern von Herodes Agrippa I. Petrus, seine Freilassung aus dem Gefängnis durch den Herrn, war das letzte Mal, das wir von Petrus sehen, abgesehen von seiner Teilnahme am Jerusalemer Konsil in Apostelgeschichte 15, etwa elf Jahre später. Im letzten Abschnitt Apostelgeschichte Kapitel 13 durch 28 verlagerte Lukas den Schwerpunkt seiner Geschichte von den Aktivitäten der Zwölf und der Jerusalemer Kirche auf die Missionsreisen und den Dienst des Paulus. In dieser Zeit wird berichtigt, dass Paulus zuerst zu den Juden in den Synagogen ging. Nachdem die Juden die Botschaft des Paulus abgelehnt hatten, wandte er sich an die Heiden. Dies geschah dreimal in Apostelgeschichte 13, 18 und 28. Außerdem zeichnete Lukas während dieser Zeit drei Berichte über die Bekehrung des Paulus und sein Zeugnis vor drei Herrschern auf Felix, Festus, sowie Agrippa und Bernice. Der Apostelgeschichte begann in großer Hoffnung. Die Juden hatten ihre Messias gekreuzigt, aber er war von den Toten auferstanden. Die Hoffnung blieb lebendig, dass Gott sein lang erwartetes Königreich errichten und die Bundesversprechen an Israel erfüllen würde. Petrus setzte die von der Nation geforderte Botschaft der Taufe und Reue fort, die mit Johannes der Täufer begann hatte. Lukas berichtete, dass der große Teil der Nation nichts davon haben wollte. Sie weigerten sich, Büsse zu tun und auf Petrus zu hören. Später predigte Paulus, der zum Apostel der Heidener nannte, wurde zunächst den Juden. Paulus wollte unbedingt, dass die Juden erkannten, und dass Jesus der versprochene Messias war. Römer 9, 1 durch 3. Vers 1 Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinen Herzen habe. Ich wünsche nämlich selber, von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, das wären die Juden, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Paulus glaubte, dass die Nation Israel, die Juden, gerettet werden konnte, seit er gerettet worden war. Niemand hatte sich eifriger gegen Jesus von Nazareth gestellt als er. Aber es sollte nicht sein. Lukas berichtet von drei deutlichen Ablehnungen der Juden gegenüber der Argumentation des Paulus, dass Jesus der Christus sei. Als die Apostelgeschichte mit großer Hoffnung für Israel begann, endete sie mit einklaglichen Scheitern. Das Buch endete mit den Worten, so sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist. Apostelgeschichte 28, 28 So, nehmen wir 27 auch mit, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Und als er das gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viele Wortwechsel miteinander. Zu diesem Zeitpunkt erkannte Paulus, dass für die Juden keine Hoffnung auf Reue mehr bestand. Das wurde auf einen zukünftigen Tag warten müssen. Dies verkündete Jesus in Matthäus 23, 39 und wird am Ende der Trübsal geschehen, bei seinem zweiten Kommen. Matthäus 23, Nimm es bei 37 auf. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinest, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihrer Küken unter die Flüge sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt, sagt Jesus. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der, welche kommt im Namen des Herrn. Der Hauptzweck der Apostelgeschichte besteht nicht darin, die Geburt der Kirche des Leibes Christis aufzuzeichnen. Lukas' Hauptanliegen bestand darin, den Untergang Israels aufzuzeichnen. Warum kam das Königreich nicht? Die Antwort ist, dass es nicht kommen konnte. Bis die Nation Israel die Juden büßet hat und glaubte, dass Jesus der Messias war. Weil die Nation Israel sich weigerte, Buße zu tun, Gott legte sie beiseite und begann, seine Kirche den Leib Christi zu bilden, durch Paulus, der Apostel der Heiden. Wenn der Leib Christi vollständig ist, der Führer der Heiden, Römer 11, 25, wird Gott seine Arbeit mit dem Volk Israel wieder aufnehmen. Am Ende der Drangseil wird Israel, die Juden, Buße tun und Gott wird sein versprochenes Königreich auf der Erde errichten. Wenn die Juden der Generation Jesus scheiterten, werden die Juden der Trübsal nicht scheitern. Sie werden umkehren und Gott wird sein Königreich errichten und seine Bundesversprechen erfüllen. Paulus schrieb, So, Römer 11, 25, durch 27. Paulus schreibt, Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Sion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euret Willen, hinsichtlich der Auserwählung, aber Geliebte um den Vater Willen. Denn Gottes Gnaden, Gaben und Berüfung könnt ihn nicht rollen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt hat, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubes Willens, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt und der euch erwiesene Barmherzigkeit Willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Die Apostelgeschichte ist eine Brücke zwischen den vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu den Briefen des Paulus. Wie seltsam würde das Neue Testament ohne sie lesen? Stellt euch vor, man geht von den vier Evangelien zum Römerbrief über. In den Evangelien dreht sich alles um die Nation Israel, die Böse und das irdische Königreich. Die Zuhörerschaft des Paulus bestand jedoch hauptsächlich aus Heiden, nicht aus Juden. In seinen Briefen erwähnte er die Böse für Ungläubige nur einmal. Römer 2, 4. So, Römer 2, dieses Paulus, seine Warnungen aller Ungläubigen, ne? Okay, und er warnt sie über das gerechte Gericht Gottes über alle Menschen. So, Vers 1. Darum bist du nicht so ein schuldiger nur Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die er geht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, oh Mensch, der du richtest, welche so etwas verüben und doch das gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichstum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass Gott die Gottes Güte zu Böse leitet? Hier sehen wir klar und deutlich, dass Paulus hier spricht zu Ungläubigen, sonst sagt er immer meine Brüder oder Vers 5, aber aufgrund deiner Verstopptheit und deines unbösfertigen Herzens, da haben wir es, er spricht zu Ungläubigen, weil die sind unbösfertig, häust du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Halt mir da an, das hier alles betrifft uns nicht, wir glauben, wir sind gerechtfertigt, wir sind in Christus, wir sind versiegelt worden mit den Heiligen Geister Verheißungen, Epheser 1, 13 und das hier ist zwar hier furchteinflößend, aber das sollte so sein, so war Paulus halt, aber das spricht hier zu Unbösfertigen, nicht zu uns, wir glauben, wir sind gerettet, wir werden entbrückt, okay, nimm das Vers wieder, aber aufgrund deines Verstopptheit und deines unbösfertigen Herzens, häustet dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jeden vergelten wird nach seinen was, seiner Werten, aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus uns, nicht aus Werken, damit niemand sich rum, denen nämlich die mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, was bekommen wir? Ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungesorgt gehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grün und Zorn. Wenn beginnt das Zorn, wenn Jesus der erste Siegel öffnet, Offenbarung 6, und was noch? Drangsal und Angst und über jeder Menschenseele, die das was, das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jeden, was, der das Gute tut, zuerst den Juden, denn auch noch den Griechen, der Heide. Denn bei Gott gibt es keinen Ansehen der Personen. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz, was, verurteilt werden. Und niemand kann das Gesetz halten. Es gab nur einen Mann auf der ganzen Erde, der das Gesetz gehalten hat und ans Kreuz genagelt hat und das war Jesus. Wer das Gesetz hier gerecht werden wollte, der sei verflucht. Wir sind unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen und das kann keiner, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes wo in ihren Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu nämlich ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen an den Tag, da Gott das Verborgenere der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Nach was? Nach mein Evangelium. Paulus sein Evangelium ist 1. Korinther 15, 1 durch 4, zu glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, beerdigt worden, begraben worden ist und von den Toten auferstand. Dadurch sind wir gerettet. Was Lukas in Apostelgeschichte 15 aufzeichnet, entspricht den Hauptzweck des Buches. Es war ein Bericht über den Untergang Israels zu liefern. Paulus schrieb an den Römer im allerersten Kapitel, dass er sich seines Evangeliums nicht schämte, weil es die Macht war, jeden zu retten, zuerst den Juden und auch den Griechen. Das Evangelium oder gute Nachricht, bekannt als, ist der Kern aller unseres Umgangs mit Gott. Von der Zeit an, als Gott Paulus rettete und ihn das Evangelium von der Gnade Gottes offenbarte, bis zum Konzil von Jerusalem, konnten Männer und Frauen eine Zeit lang gerettet werden, in denen sie das Evangelium des Reiches oder an das Evangelium der Gnade Gottes glaubten. Mit anderen Worten, für eine kurze Zeit bis zum Konzil von Jerusalem gab es zweigültige Evangelien, das Evangelium vom Königreich, das Jesus während seinen irdischen Dienst verkündete und das Evangelium der Gnade, das Paulus offenbart wurde von Jesus himmlischen Dienst. Aber nach dem Konzil konnten Männer und Frauen nur gerettet werden, indem sie an das Paulus-Evangelium glaubten. Was ist 1. Korinther 15, 1-4? So, das Evangelium der Gnade. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch was gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch so alle erst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus vor unserer was? Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und, dass er begraben worden ist, und, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Dies ist unser Evangelium, ne, durch das wir gerettet werden, ne, und durch dieses Evangelium wird Gott die Geheimnisse der Menschen richten. Das schauen wir uns auch an. Über 2,16 haben wir vorhin auch gelesen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach was? Nach mein Evangelium. Sein Evangelium haben wir gerade gelesen, der Evangelium der Gnade. Gott wird das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten nach sein Evangelium, also nach das Paulus Evangelium. 1. Korinther 15, 1, 3, 4. Es ist also Zeit, diese Videoserie über die Apostelgeschichte und ihren Zweck abzuschließen. Vergessen wir nie, wir stehen unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Wir sind gerechtfertigt, wir sind versiegelt, deshalb hat die Sünde keine Herrschaft über uns, wir sind von Blut Christi bedeckt. Bitte drückt der Gefällt mir für den Algorithmus, damit die gute Nachrichten verbreitet werden kann, die Zeit ist knapp. Liebe euch, eurem Herrn, bis zum nächsten Mal, Maranatha. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.